Das ist eigentlich eine Klobürste, aber die tut es auch als Multifunktionstool. Die ist noch neu. So, die lege ich dir drauf. Das ist doch ekelhaft! Julian, ich schwöre, dass du die noch nicht benutzt hast. Die war einmal in der Schüssel. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Du machst hier deine Show. Ich frage mich, was ist hier los? Ich frage mich, was ist hier los? Mega! Meine Aufgabe war es, die Kinder zu meinen Eltern zu bringen und eine Küchenrolle mitzunehmen. So ein C war, weil wir keins mehr haben. Was habe ich vergessen? Die Küchenrolle. Jetzt bin ich extra zur Tankstelle gefahren. Und was gab es hier nicht? Die Küchenrolle. Das heißt, Julian, falls du meine Story siehst, ich komme leider etwas später nach Hause. Und zwar ohne Küchenrolle. Übrigens, ganz kurze Meldung. Wir haben schon über 110.000 Yars auf meiner letzten Sequenz. Demnach wird Onkel Raffi sich nun Onkel Raffi auf Instagram nennen. Wenn nicht... Wirklich jetzt? ...bist du irrenlos. Des Weiteren wird die Alte heute Abend in der Glotze zu sehen sein. Au! Nicht wahr? Geht's deinem Halt jetzt besser? Hals? Nacken, ja. Wann? 18 Uhr? 18 Uhr, Buchstaben-Betal. Welcher Kanal? Ich glaube, Sat.1. Sat.1. Oh-oh. Ich glaube, das war's. Vielen Dank.